Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar MyCraft das wäre dein Einsatzklee Quaro und wir sind natürlich im Team und ja es gab es gab es gab ein paar Probleme wie ihr seht wir sind nicht da drinnen wo wir sein sollten weil es gab Bugs wir konnten ganz am Anfang nichts abbauen und ja das war natürlich jetzt ja scheiße wir konnten nichts abbauen und deswegen wurden auch gleich getötet aber ich glaube wir haben jetzt in der ersten Folge Schutz glaube ich oder oder haben ja ja wir haben Schutz okay was ich auch noch acht hinterboss das bist du quasi ich bin das übrigens quasi der Projektleiter ist gerade bei uns drin weil wir eben jetzt noch die Bugs Probleme hier lösen mussten kannst du bitte die Werkbahn noch ganz kurz stehen lassen ja kann ich also ich hoffe ihr kommt mit 100 Relogs aus also wenn ihr die verbraucht und seid ihr echt gut lol naja hauptsache in der chest sind noch ein paar Sachen drin naja ok also ich würde sagen lol erfahrungsfläschchen und Brot ich habe erfahrungsfläschchen und Brot wenn sie mich stört dann wir gehen jetzt in den Aufnahmechannel denn du solltest ja nicht zu viel von uns mitkriegen ok ja ja wir haben die drei Brot von Anfang an noch nicht ne wollte ich sie noch ja ja wir bräuchten sie weil ich habe irgendwie ich bin ins Game gejoint und habe nur noch habe schon zwei Coilen verluste ich habe einen Eimer und ich oh nice dankeschön ok ok dann auf Nummer 3 ok dann ach wer net da hat uns gleich gemovt ok warte mal da ist das Essen Heuballen Heuballen ja Heuballen wir müssen auf das Dach ja wat ich hab noch Holz genug dafür ok ok bau du Holz ab warte mal ja ja also wie gesagt ein bisschen ja komischer Start ne eigentlich sollte man sagen ja wir haben jetzt 5 Stunden oder so gewartet bis wir überhaupt mit dem Projekt starten können und aufnehmen dürfen ja und dann haben schon die maximale Folgenanzahl ähm gespielt und wir einfach noch nicht und ja mann ich glaube einer hat sogar schon 4 Folgen aufgenommen einer hat schon 4 Folgen ja und wollte schon fragen und kämpfen und wir ähm wir haben noch nie mal die erste Folge aufgenommen ne äh also ich würde sagen wir versuchen jetzt hier mal erst ich glaube es ist echt wichtig wenn wir das alles einfach abbauen ja na vielleicht nicht alles ich glaube wir werden eh automatisch nach 15 Minuten oder ja äh die Zeit funktioniert auch weil ganz am Anfang da hat relativ wenig funktioniert ja relativ wenig ich habe jetzt nochmal ja ok relativ viel äh ich habe jetzt auch schon 30 Heuballen und da kommt man ja wieder neun stück raus das heißt pro Heuballen 3 pro ja ich habe 26 das passt schon oder lass uns gehen lieber ja ich glaube wir bauen wir das noch ab hier ne bis 10 Minuten angebrochen sind doch doch ne gehen wir lieber ne wirklich ja sicher nein aber guck Essen ist so wichtig hast du gesehen wie schnell das Essen ist umgegangen ist ich habe 26 Heuballen bitte komm wir müssen die Zeit nutzen rein ok ja sobald 10 Minuten angebrochen sind das ist echt ich glaube echt dass es nützlich ist er macht es kurz noch ich schaue mal ob mich irgend das finde was nützlich ist in der Stadt er müssten irgendwie wiederfinden naja ja das komische Start es ist dann komisch aber es ist natürlich ein klein weniger Vorteil schon weil wir können jetzt in der ersten Folge hat nicht sterben ja also wir sind jetzt im Grunde genommen echt gut dabei weil ich glaube es haben fast alle schon verbraucht ok ich nehme es kommst du es wird nacht nein schnell 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 geh mal hier lang warte mal bleib ganz kurz stehen bevor wir dann irgendwo in der Nacht ähm alter alter dass keiner auf die Idee gekommen ist mit den Heuballen ne ja ich glaube das ist ja nicht ist das verboten Alter ich habe jetzt schon ein Stack Brot alter Alter ich habe hier richtig viel ich habe warte mal lass die Werkbank kurz da ja ja ich habe fast ich habe mehr als drei Stacks Brot ja ich habe auch ziemlich viel Brot warte mal komm kurz nice ah ja ich habe drei Stacks und drei und vier Brot ja komm komm ich ja egal komm wirklich weil wir sind gerade alleine auf dem Server geil ja eben deswegen wir haben eigentlich wir haben überhaupt keinen Stress wir müssen jetzt nur weg laufen wir haben ein Eisbium das ist aber nicht zu gerne äh ja das habe ich auch schon gesehen klee denn bist du in dem Haus hier warte mal ganz kurz ich sehe dich probi komm mal her hier ich habe auch schon einen Eimer du bist mir gerade gepackt ja weil bei mir wäre schon Stein gewesen ja hier den Steine können wir doch abbauen ja dann kann ich so dann kann man echt easy abbauen nehmt muss einfach alles von der Stadt wir könnten das so als als Base einrichten weil die Leute ich glaube ja man hat verstanden wo man hingelaufen ist glaube ich ja schon weil wir müssen spätestens ab der Zeit hast du noch eine Werkbank müssen wir wieder unseren Standort wechseln ja ich habe eine Werkbank warte mal ja dann passt wir wir müssen jetzt wirklich woanders farmen okay das dieses paar Steine das ist mir egal eigentlich ja ich kann jetzt schon warte mal ich mach ganz kurz Steinschwerter ja eigentlich das brauchen wir eigentlich nicht ne wir sind gerade alleine auf dem Server ja dann mach ich uns ne ne Stein Pickaxe ja dann beeil dich man ich möchte in der ersten Folge auch noch bisschen was schaffen ne ja okay dann lass probieren jetzt in der ersten Folge gleich mal ein bisschen zu bekommen ja vielleicht so ne Eisenbrust mit Eisenschwertern okay hohe Erwartung pass auf gell die können dich schütten ja perfekt naja das wollte ich so weil dann nehmen die Mops ein bisschen ach stimmt ich glaube es ist ja auch ein Hardcore Alter wir machen richtig Schaden aufpassen ja eben also das was ich nicht haben möchte das wären Mops sterben ne komm einfach mal laufen wir einfach mal hinter wir können dich jetzt nicht schlagen oder? ne warte mal hier waren schon Leute komm einfach mal scheiß auf die Mops mal kurz gehen wir einfach mal weiter okay ja bevor wir runter gehen brauchen wir noch Holz ne ja das klar aber wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg also ich glaube es ist Probleme haben für die haben wir für die nächsten ich habe ich dachte wenn ich hätte einen Bogen bekommen naja Mops ganz auslassen ist jetzt auch nicht so meins ne wirklich ne Holz kann wirklich woanders abbauen okay wirklich jetzt ich meine das ernst einfach mal wirklich in eine Richtung und hoffe dass man irgendwann nicht schließt ist auch irgendwann da ne wir haben wir keine Anzeige wir haben keine Anzeige boah hinter dir laufen so viele Viecher nach ja das ist mir eigentlich relativ egal wie gesagt ich möchte ja aber damit ich zu dir kommen muss ich da manchmal durch also hier ist ne Hülle lass mal gucken ob da wer drin ist aber wir brauchen eben wie wer drin wir sind alleine okay ja aber ob da schon wer drinnen war meine ich weil wenn da wenn man sieht dass da schon Erze abgebaut sind dann ist die Wahrscheinlichkeit dass die Hülle ne da sind da ist noch Eisen und so da ist noch Eisen und so das geht ja okay dann ich baue hier oben kurz die Kohle ab weil Kohle brauchen wir noch genug und gibt auch ordentlich Level ja die Hülle können wir auf jeden Fall nutzen wir brauchen einfach noch Holz und dann ja ich hoffe mal dass der Togo jetzt nicht zu leise oder zu laut ist also falls es mal so wäre dass er ich werde mir die erste Folge jetzt gleich mal angucken ob es von der Qualität her von der Qualität her in Ordnung ist was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte hier wir benutzen bei den Resource Packs das Faithful Pack das ist vorgeschrieben wir dürfen da die Schwerter die Bögen glaube ich ändern ja ein bisschen was habe ich verändert das Innenstall dürfen wir ändern ein bisschen was habe ich verändert ja lass da ein bisschen weiter runter hast du haben wir Holz das ist richtig viel Iron haben wir Holz ja ich hab viel ja ich hab noch genug Holz ich hab noch genug Holz hast du noch eine Werkbench na hab mich nicht mehr ja aber wir schaffen das mit dem Holz was wir jetzt haben ja weil wir müssen uns echt konzentrieren wir dürfen nur noch diese eine Werkbench benutzen weil dann habe ich noch insgesamt fünf Sticks ok ich hab noch so sieben Holz warte mal ich stell dir jetzt kurz hier auf mach mal den Ofen naja genau so hier steht der Ofen ja läuft ja hier ordentlich mal Eisen rein äh ich glaub die Brust ist uns so gut wie gemacht ja ähm also ganz ehrlich was mit dem was wir am Anfang mit dem damit wir auf das Haus drauf gegangen sind das war richtig gut naja das war richtig gut ähm vielleicht sollten wir uns gleich mal runtergraben oder so hm hast du noch einen Steinspitzhacker? ja ja äh ich kann schon mal ein Eisenschwert machen ok also eine chillige Folge ne die erste Folge bei so einem Waru Projekt einfach mal alleine ne ich glaube die nächsten zwei Folgen werden auch sehr chillig weil du dürf immer zwei im Voraus aufnehmen und wir werden es wahrscheinlich gleich drei aufnehmen ist auch das Beste weil jetzt kann man es echt gut ausnutzen damit wir noch zu spät anfangen ja eigentlich war das gar nicht mal so schlecht als wir so einen Start hatten Wahnsinn Wahnsinn also es hat irgendwo auch was Pulitzes ja schon ich hab sogar schon einen Eimer gell oh hab ich aus einem Haus bekommen und ich muss eventuell nochmal mit dem Projektleiter sprechen weil übrigens macht er kein Eisenschwert ich habe jetzt für dich eins ja ich nutze es einfach mal ich nutze es auch einfach mal facken dass die Zuschauer es nicht so blöd haben ach so also bei mir sind die Zuschauer extremst hell und ich auch extremst hell also ja ich würde auch ohne facken ziehen aber ich glaube die Aufnahme wird das trotzdem noch ein bisschen dunkler so ich kann ja mal wenn die Leute darauf lust haben ne aber ich hab das ehrlich gesagt Joel ich teste das mal wie das aussieht bei ihnen ja ich hab schon wieder Eisen ok daher es bei euch ein bisschen düster ist ich ja ich werde naja aber das ist bei euch gar nicht düster ihr seht das genauso wie ich weil ich habe ja noch meine Aufnahme im Blick also von daher das also ich glaube nicht dass es euch zu düster ist oh ich glaube ich habe eine Höhle gefunden ja ich habe eine Höhle gefunden aber die wäre genau dort gewesen wo wir auch reingegangen sind naja ich bin schon auf 28 Blöcken wenn die jetzt nein runtergarten ne 26 ich hab mir mal ein bisschen gravel gegönnt weil wer es hier gleich brauchen oh ich habe eine Höhle gefunden mit Gold und alles richtig geil gehen wir gleich rein glaube ich zwei Minuten haben wir noch dann kannst du uns mal Eisenpickx machen ja kann ich gleich machen ach da sind wir wieder witziges Höhle System hier ich baue hier mal zu damit wir ein bisschen mehr und falls jemand kommt es kann kommen kommen ja ich bin trotzdem so paranoid ja ich mach eine Eisenspitzhacke ja okay ich kann ich mach uns zwei Eisenspitzhacken mach das und ich mach auch gleich noch eine ich hab keine bekommen ich geh mal wieder in die Höhle das ist auf jeden Fall Gold und alles ach so da ist gut zu formen oder? ja da ist wirklich gut zu formen kannst du mal eine Route bekommen ok dann grabe ich jetzt hier noch einmal links rein und das Eisenbrett dann grabe ich hier nochmal vorne rein also wenn ich hier schon mal Gold habe nur weil da einmal Gold ist ich hab nochmal Gold lol also ich hoffe das stelle nicht zu sehr wenn Skype ab und zu ein bisschen ja in der vielleicht nicht vielleicht ab und zu weil die Leute in der Skype-Konfi die spammen das echt so voll ja aber es ist manchmal wichtig weil manchmal sehe ich da etwas ganz wichtiges für uns die schreiben da manchmal noch Informationen auch für das Projekt rein also ich will jetzt da nicht jetzt gerade Skype ausmachen ich hoffe euch stört das nicht zu sehr obwohl wisst ihr was ausweiterweise mach ich jetzt kurz Skype zu hier seht ihr einfach mein Alter in der Höhle ist richtig geht's richtig ab ne ok ich hab für euch jetzt mal Skype ausgemacht jetzt dürfte Ruhe sein hier kann man mich nie mal einmal in der Ruhe aufnehmen hier Dreck mit Eisenspitze hier ist mal Wasser das muss ich jetzt mal hier ein bisschen markieren also ich fand schon richtig viel also in die Höhle zahlt sich richtig aus ne oh wir werden auch in 5 Sekunden gekickt ne ach ja stimmt ok dann ist die erste Folge jetzt hier mal vorbei ja ihr seht schon deine Zeit ist vorbei warte eine Stunde bis du wieder spielen darfst weh wir dürften jetzt eigentlich ganz normal re-loggen können hat zumindest unser Projekt weiter gerade gesagt ja dann ich würde sagen wir sehen uns dann in der zweiten Folge wir würden klicken wir können in der zweiten Folge Untertitelung des ZDF, 2020